Hey Leute, willkommen zurück bei Civilization 5 und ja, den Kampf gegen mit allen. Wie sieht es eigentlich gerade aus mit uns? Wir sind 872, immer noch ganz knapp der dritte. Gut, wir starten in die nächste Runde. Und ich bin gespannt, wie sich entscheidet, hier vor allem die Artillerie, ob sie die Stadt angreifen will. Für was sind wir hier gut positioniert, würde ich behaupten. Weil sie nicht direkt rankommen, sie müssten fast schon an jeder Stadt sein und dann würden wir sehr... Manhattan hat das... Not really. Manhattan Projekt. Die Artillerie haben sofort bewegt. Könnten mit einer eleganten Position von hinten hier... Jetzt bin ich mal auch interessiert, inwieweit wir uns heilen. Die Artillerie weghauen. Leider gar keine Einung. Schade. Okay. Jetzt, äh, mal schauen. Ja, das heißt, moderner. Und jetzt Atombombe starten, die Japaner oder was. Okay. Wäre sehr kurios. Maximal den angreifen, was ich auch machen werde. Hier genauso. Dann... Ich hoffe auf mein Glück. Natürlich hat mein Glück nicht geklappt. An wenigstens habe ich noch das hier. Ja, du. Wie können wir das am meisten machen? Hier runde ich erstmal aus. Ein paar Runden haben wir die ganzen Panzer bereit. Wir müssen noch Infanterietruppen sammeln. Ja, wir könnten dich sofort hier zum entscheidenden Sieg führen. Wir könnten auch sagen, du... Und... Ich würde sogar sagen... Ja, wir machen das. Hallo? Panzer? Panzer? Danke. Panzer? Ja, dann würde ich sagen, die Infanterie, die wir erstmal hier haben, sammeln sich wir hier hin. Und der Panzer hat ja noch die Kunst, sich noch ein bisschen zu verziehen. Das nutzt er auch mal. Und dadurch hoffe ich, dass ich ein bisschen gut noch da liege. So, Rostov werden sie es auf jeden Fall nicht bekommen. Ähm... Du kommst doch mal hier rein. Da reichst du Juroslav. Und heiz dich. Die heilen sich ja jetzt auch da. Hoffe ich zumindest. Sollten sie. Ja, die Frage ist auch, wenn wir niemanden angreifen und nicht zerstören, ob er nicht sofort sich nächste Runde wieder regeneriert. Hm. Ist natürlich nicht so toll, wenn es so ist. Dann könnten wir mal was anderes machen. Du kannst jetzt drei... Genau, drei Blöcke. Und zwar... Erstmal Schwächen. Minus 4. Ist schon mal super. Bonus Modifikation. Super Sache. Und ihr sollt ja hier hingehen. Ist schon. Oder hier hin. Drei Runden. Ist auch eine super Position, Leute. Okay. Ähm... Hm. Hm. Raketentechnologie ist nächste Runde vorbei. Achso, da muss ich mal so machen. Dann starten wir mal die nächste Runde. Ja, hier wird auch was gemeistert. Geforscht. Erbaut. Ist hier Aluminium oder was? Äh... Gelände, Wald, Gras, Südwasser. Sägewerk wird errichtet. Na gut. Ich glaube, die Produktion. Aber ehrlich gesagt ist das mir sogar ganz recht hier. Dass die das machen. Das ist mir wiederum nicht so recht. Aber Rostoffe wird sich heilen. Ganz gut sogar. Ich muss mal gucken, wie ich die Pferde hier und das alles vernichten werde. Sollen sie sich doch weiter den Zahn ausbeißen? Bitte warten. Eine Forstregel, die jeder Raketenforscher beherzigen sollte. Man sollte immer davon ausgehen, dass sie explodiert. Raumfahrtmagazin 1937. Also ich dachte eher, das wäre, ähm, Jeb Kerben. Jeb Kerben. So. Ein berühmtes Gitat von Jeb. Okay. Ich... Ich will es ausprobieren. Und zwar, die machen ja mal wenigsten Schaden. Weiß mal die Sache hier. Und dann... Wer macht noch so wenig Schaden? Wie weit bekommst du eigentlich? Ach, du kommst gar nicht so weit. Deswegen machen wir dich hier. Jetzt die Frage, kriegen wir vielleicht... ...die Einheiten geplättet? Oder die? Ich bin mir nicht so sicher. Die Infanterie ist schon ein bisschen stärker. Die macht schon ein bisschen mehr Wumms, als hier die... ...Einheiten. Mit etwas Glück. Verdammt. Glück war mich heute. Panzer. Ich muss es machen. Vor dir. Hallo. Können vielleicht dann auch immer noch wegbewegen. Zwei. Oh Gott. Minus zwei. Wie weit können wir gehen? Oh, wir können sogar richtig weit noch gehen. Ähm. Dann machen wir das hier hin. Super Sache. Ja, ich weiß. Kann sich weiter bewegen. Äh. Ja. Hier. Hier. Weiter angreifen. Wir bekommen Erfahrungspunkte durch. Ist auch mal toll. Ja, das ist die hier meinetwegen. Dann ist da die Frage. Wenn wir jetzt darauf eingehen. Satten Deliten-Technologie. Hatten wir die Lenkrakete. Enthüllt die gesamte Karte. Hui. Ist auch interessant. Massenmedien. Würden wir natürlich Sydney, das Stadion. Ähm. Eine Frage. Wir haben, da brauchen wir 17 Runden. Wenn wir jetzt, äh. Das werden wir. Die Bewegung öffnen. Schließen. Wenn wir jetzt den hier. Technologie entdecken machen. Haben wir eine freie. Technologie zur Verfügung. Dann machen wir die Satelliten-Technologie. Naturwunde entdeckt. Hier habe ich etwas, das nützlich sein könnte. Eschenkünste Himmel jetzt beinahe fremd. So, damit haben wir die Satelliten-Technologie. Ähm. Naturwunde haben wir bekommen. Zufriedenheit. Noch Naturwunde entdeckt. Super. Oh Gott, die sehen ja aus. Die sind die ganzen Stadtstaaten. Hätte nicht gedacht, dass es noch so einen weiteren großen Kontinent gibt. Hier unten ist auch noch was. Hm. Wo sind die, die Hauptstädte? Die müssten ja mit diesem Stern markiert sein. Da, Babylon. Sogar relativ nah, ehrlich gesagt. Und hier haben wir die Hauptstadt, denke ich mal. Genau, da habe ich das schon mal gesehen. Theben. Gut. So, auf jeden Fall gibt mir noch ein bisschen Zufriedenheitsbonus. Naturwunde. Ja. Okay. Jetzt, äh. Die Kühltechnik wollten wir erforschen. Sehr schön. Produktion wählen. Neu. Neu. Dann. Apollo-Programm. 17 Runden. 13 Runden. Warte mal kurz. 13 Runden. Apollo-Programm. Warte mal. Hanni, wir haben es ja erst jetzt auch bekommen. Sehr schön. Genau. 1966 werden wir über das Apollo-Programm beforschen. Ihr Kannibaren werdet mal hier rüberziehen. Und hier hin. Produktion wählen. Kannibaren heißt, äh, oder Kanniboren. Wie ist ja, wie gesagt? Wie ist ja vielleicht, was ich sage. So. Der Panzer. Ich muss mal schauen. Wir haben noch Zeit. Gut. Leider konnte man natürlich nicht die die ganzen Artillerieeinheiten und so drehen. Na gut. Kühltechnik wird erforscht, damit wir dann weitere Wissenschaftszentren bauen können. Hier wurde Markt noch vorgebaut. Ja, Rostov. Hm. Auf. Ich bin gespannt. Die Infanterieeinheit hat sich erstmal geheilt hier. Ja, die machen nicht so viel Schaden hier. Und eine Infanterieeinheit würden wir gleich sehen und... Okay, hier haben wir hier Flank. Ja, ich weiß gar nicht. Kann wir die nicht irgendwie erobern? Okay, warte mal kurz. Klasse. Klasse. Einheit. Krieg erklären. Einheit schenken. So. Diese Einheit wurde befördert. Ui, da kommt noch mehr. Da würde ich mal sagen, wir leiten die Bombardierung ein. Damit wir noch mehr Schaden machen können. Und zerstören. Fast diese Einheiten. Müssen wir aufpassen. Sechs Runden. Müssen wir wenigstens überleben. Statt Start Nachrichten. Okay. Beziehungsweise wurde verbessert. Ja. Ja, ich weiß. Und jetzt ist die Frage. Oh Gott. Eine Sache sollte ich angehören. Wie sieht's aus? Hier ist die Artillerie. Ich hatte doch irgendwo... Waren doch nur mehr gegen die Artillerien. Waren mal kurz. Okay. Und zwar die Infanterie. Wenn wir sie im Zugmodus bedienen. Kommen wir leider nur bis hier hin. Hm. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. Gott. Was macht ihr? Gott, oh Gott. Okay. Ähm. Hm. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Dass wir die wegbewegt haben. Aus einem einfachen Grund. So. Ihr mal als erstes. Minus 4. Wie viel würde ich da Scham machen? Ich würde die komplett vernichten. Dann ziehen wir die mal kurz noch mal hier hin. Okay. Noch mal eins runter. Dann würden wir komplett mal vernichten. Gut. Entscheidender Sieg. Würde ich mit dem Panzer verlieren. Ich weiß es nicht. Weil ich zu nah an den Gegnern bin. Das ist mein Problem. Nur minus 1. Deswegen schieße ich die mal hier rüber. Ich muss leider hier heilen. Bautrupp. Bautrupp. Pff. Hier du erstmal. Okay. Haben wir noch einen Frappbewegung Bonus. Zieht euch hier hin. Irgendwo hin. Und dann sage ich hier. Automatisch. Ich bin mal gespannt wo die hingehen. Produktion wählen. Rostow. Hm. Die öffentliche Schule würde uns nochmal natürlich. Wünsche was bringen. Das dauert auch. Ganz schön lange. Der Bank. Geld. Immer wichtig. Immer wichtig. Okay. Die schaffen das nicht einzunehmen. Keinesfalls. Ja habe ich die Befürchtung. Jetzt sind es wieder schon drei Leute. Und dass die langsam das einnehmen. Wenn die nicht nächste Runde Sovorteilung machen. Werden wir die vernichten. Aber das kann ich nicht garantieren. Sechs Runden noch bis dahin. Das muss ich durchhalten. Wir haben hier fünf Runden. Zwei Runden. Und sieben Runden. Für Panzer. Hier unten haben wir keine Panzerproduktion eingeleitet. Gut. Dann. Leute. Würde ich sagen. Wir machen eine kleine Pause. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.